so hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge metal blob solid ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen wir sind natürlich hier wieder ganz verzweifelt dabei bestrebt die uralte gräbnisstätte zu schaffen wir werden natürlich mühe geben wie immer stets bemüht was sehe ich denn da ja alte begräbnisstätte 2 die machen wir zuerst ähm keine diskussion ich werde auch nicht lange fackeln wir legen wir einfach los so hmm Oh Das war's für heute. Achja, das fängt ja schon wieder genial an hier. So von wegen in irgendwelche Dinge reinhüpfen. Entschuldigung, ich bin gerade eben gegen das Mikrofon gekommen, weil hier gerade wieder irgendwelche sehr lustigen und sehr nervenden Stechmücken bei mir rumfliegen. Die sind bei mir echt übel, also die machen... Normalerweise sagt man ja immer, Stechmücken, wenn die einen gerade stechen, dann passiert da nicht viel. Man spürt nicht viel. Und die Target drauf, die juckt's dann. Aber bei denen, das ist echt übel. Bei denen ist gerade anders rum. Wenn die dich gestochen haben, dann tut das so tierisch weh. Und... Ach, Schnauze. Ja, ich wär jetzt eigentlich... ...doof. Denn ich hätte das Vieh hier einfach einlaufen lassen können. Oh, Schnauze. Schnauze. Oh, oh, oh. Rumble. Schnauze! So! Ja, ja, ja. Au, ab! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Und ich will Kirschen! Naja, die Kirschen haben mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Und ich will hier raus! Das ist ja wieder so logisch. Vorher gab's Kirschen bis zum Abwinken. Jetzt gibt's wieder gar nichts mehr. Ah, toll! So! Ja, irgendwie bin ich heute nicht so gesprächig. Ähm... Thema! 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 Ein Thema! Worüber spricht man bei Let's Plays? Yo! So! 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 Und ich bin scheinbar wieder ein bisschen verschnupft. So! 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 Unglaublich Naja egal Aber wenigstens mal ein bisschen mehr Gesundheit wieder Schiengewehr Ah, you can set Skulldorf So wie ich das sehe, sterbe ich gleich wieder Jo Naja dafür habe ich jetzt wieder ein Checkpoint Ich habe ja neue Objective Neues Missionsziel geschafft Insofern Alles halb so wild Ah, blöde Steckmücke Ja genau, Steckmücke Der stecke ich Ja, egal So Och, jetzt und Gelogen Yay Kirschen Na endlich Ja genau, Laser will ich unbedingt haben Ich bin doch noch gar nicht im dritten, oder? Sag mal, was habe ich denn da jetzt für Schatter mitgenommen? Oh, das ist gut. Oh, okay. Deh 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 deh. Ah, köszi. Schade. Na ja gar..." Eeee Also irgendwie, irgendwie ist hier drum drin Das ist unglaublich Was ist das? So... Schauen wir doch mal an, was hier so geht... Äh, ja... Das war nicht ganz so sinnvoll... Aha! Na gut... Letzter Checkpunkt... Bamm... Puh... Egal... Ach... Da sind wir... So... Karte... 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 Da... Na gut... Dann geht's jetzt halt da hoch... Gehen wir wieder dahin, wo wir das letzte Mal die ganze Zeit gestorben sind... Wir machen hier jetzt eigentlich schon wieder so dämliche Aktion, ey... Äh... Okay... Kann ich wenigstens unter Wasser wehren... 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 Achhh... Schnauze... Sooo Dann mal viel Spaß da Ah, da geht's schon rein Oh, da geht's schon rein Sooo Jetzt geht's mir ja fast gesundheitlich gut Ich muss auch immer diese Aktion hier sollen Ach, das hier ist Obstacle Reset Sooo Ah, da wollten wir mal nicht zu weit springen, dann springen wir zu kurz Aber das ist jetzt eine wunderbare Stelle, um zu sagen, genug für heute Ich wünsche euch viel Spaß noch, wir sehen uns beim nächsten Mal